Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Grimptales die Braut. Wir haben jetzt im letzten Schritt die Truhe endlich in Mamas Zimmer geöffnet. Wir machen jetzt ein Rimmelbildspiel wieder. Dann sehen wir mal weiter wo die Reise noch hingeht. Wo ist es? Ich weiß was ich dann gleich machen muss. Gut versteckt, aber ich hab dich schon vorher gesehen. Nein? Ok. Zwei Sachen, eine Filmrolle und eine Spritze, die ich nicht finde. Lustigerweise. Ich finde beides nicht. Da ist die Filmrolle. Und wo ist das letzte Teil? Da nicht. Da muss ich nachgucken. Tut mir leid. Ah, wie kann man so blind sein? Glückwunsch. Du hast alle versteckten Hinweise in der Szene gefunden. Dieses Objekt sieht nützlich aus. Ja, ich weiß auch wofür. Dann dürften wir in Mamas Zimmer jetzt auch fertig sein. Du hast dich nicht gerade bewegt, oder? So ein blödsinn. Wo geh ich hin? Da muss ich hin. Das ist wieder das erste Reise, richtig? Bewege dich denn so mit Hilfe der Falltasten, dass sich der blaue Stein auf dem blauen Stein in der Mitte befindet. Wenn ihr jetzt haltet, braucht ihr den blauen Stein wenn ihr habt. Das ist wieder aufgelenkt. Und aufgelenkt. Und aufgelenkt. Ja. Und aufgelenkt. Und aufgelenkt. Hier. Das wurde auch noch verfugnet. Die sind auch nachdenken. Und wahrscheinlich eine Taschein. Das ist wirklich für keine Zeit. Das wäre toll. Es ist noch nicht gut. Und das ist noch nicht einfach. Das wäre toll, wo geht geht. Und nachdem er dann, wenn ich nicht so weit runternehmhege. Jetzt geht das aber auch nicht. Hallo? Hallo? Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich hab das Rätsel, das Rätsel zu lösen. Wie doof. Oder auch nicht? Nee, verdammt, 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 verdammt. Oder zumindest fast. Okay. Oder auch nicht. Fuck. Fuck. Jetzt verbaue ich mir alle. Ganz toll mache ich das. Okay. 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 geht auch nicht. Weißt du was? Du kannst mich mal. Ich hab keine Lust heute Morgen. Es ist wieder früh. Wem den es interessiert. Ich hab da jetzt keine Lust drauf. Ein Geheimgang. Wer hätte es gedacht? Hi Luisa. Luisa, endlich bist du da. Es ist schwer, dem eigenen Vater nicht zu gehorchen. Aber du musst dich ihm widersetzen. Ich werde diesen Zauberspruch beenden. Du kannst mich nicht aufhalten. Hey du blödes Arsch. Das geht jetzt mit einem seltsamen Schloss in Vogelform gesichert. Ja. Jetzt weiß ich's. Man verzweifelt nicht an diesem Spiel. Nein, mir kommt man nur darauf. Vogel. Und hoch geht's wieder. Meine blöde Schwester zu retten. Warum kann ich sie nicht einfach da lassen, wo sie ist? Wäre sie dir da vielleicht glücklicher? Mensch. Eine Me... 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 Es ist schwer zu sagen, ob sie echt sind oder nicht. Eine Energie von Geistern und Gespenstern und Welch Dunkelmächten gab und mein Vater sich ab. Ja. Hehehehe. Der Denom braucht Zwillinge. Hübsch seid ihr. Wir sind deine Schwester. Wir sind das letzte Mal gestorben. Lass nicht zu, dass ich... Dass sie da holt. Hübsch seid ihr trotzdem, Mädels. Silent Hill. Jun... Ach du Scheiße. Tag. Gut, dass man im Englisch kann. Gut, dass man im Englisch kann. Gut, dass man im Englisch kann. Ich werde diese Folge gnadenlos wieder überziehen. Da seht ihr mal, wie verzweifelt ich bin. Das muss ich jedes Mal aufpassen, nicht in das Mikrofon zu atmen. Ehrlich? Oh, das ist schwer. Tim Sawyer. Tim Sawyer. Tom Sawyer. Wer soll ich denn wissen, wie der aussieht? Tom Sawyer. Ich verstehe es. B steht da, aber A finde ich nicht. Oh, das war die Filmdose. Ich sehe nur noch die Pipette und das A, nicht das B. Ich glaube jetzt, dass jeder wie meine Laune gerade ist. Die armen Viecher, das ist A. Oh, die Pipette finde ich nicht. Die habe ich angeklickt, blöde Kuh. Glückwunsch, du hast alle versteckten Hinweise in der Szene gefunden. Dieses Objekt sieht nicht aus. Ja, ich weiß auch, wo du Arsch. Wenden wir eben die Folge. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.